Willkommen zurück, Willkommen zurück, bei Shish Plays. Sepp und ich bewagen uns an einem neuen Tag in die Tiefen von Star Fox Zero. Sektor S. S. Scharfes S. Scharfes S? Ist das dein Ernst? Scharfes S. Was ist das denn sonst? Ja. Aber es sieht aus wie ein scharfes Kass. Ich weiß das sei Beta ist. Aber es ist ein Scharfes S. Jetzt leider nicht dass es ist. Äh das ist Beta-Es. Das ist so ungewohnt, dass der ganze Ton nicht vom Fernseher kommt. Das ist der Typ, der gestorben ist. Oh, Käpt'n Hund! Käpt'n Hund. Nee, Käpt'n Hund ist gut. Jetzt geht's erstmal runter. Komm schon. Das ist eher so, dass was ich mag. Das ist Star Fox, einfach nur fliegen und BÄM. Ach, das ist ein bisschen eine offene Information. Wo muss ich denn draufschießen? Muss ich die Dinger greifen? Ich weiß nicht. Ist das jetzt die offene Formation? Der meinte, du musst vier Stück kaputt machen. Ja. Scheiße, wo kann ich? B***. Wie soll man denn in dem Gewirr überhaupt ziehen können? Wie soll man mit der Bewegungssteuerung überhaupt ziehen können? Okay, nach links, links, links. Oh mein Gott. Boah, nice. Nice, der Scheiß. Ja. So, das ist Star Fox, das macht Spaß. Du hast ein Level, du hast nicht drüber geschlafen, du hast ein Level gefunden, dass die Gefährder alles ist gut. Ja. Solange ich diese Bewegungssteuerung nicht nutzen muss, ist alles gut. F***. Vergessen, wie ich die Looping mache. Keine Ahnung. Lass mich... Ah, voll, das ist hingekillt. So. Der letzte, der letzte, da rechts noch. Ey, der ist kaputt, ja. Das war einer von uns, Pasta Hauffox. Keine Ahnung. Kann ich auseinanderhalten. Oh, shit. Überklassezerstörer, Granby. Wo bin ich denn? Alle Schiffe aus dem Weg, wir setzen die Kanone rein. Oh, f***ing hell. Ja, läuft. Und, wie hast du geschlafen? Gut. Ist der hier nicht so heiß? Ich glaube, die schließen mitten im Weg. Zum Hyperlaser. Wow. Shit. Jetzt war wieder da unten, ne? Ja, jetzt muss ich wieder hier drauf gucken. Zum Kotzen. Jetzt geht's wieder. Jetzt kannst du wieder oben hingucken. Ja, ich muss ja durch, durch das Loch, wo das herkommt. Das ist das Schiff. Oh, ihr müsst eindringen? Nein, 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 nein. Roger! Leute. Ja, ich... Ja, selbstverständlich, warum machst du das nicht? Du kannst doch von der Einsteller eindringen. Hä? Ich hab gedacht, ich kann... Ja, das habe ich ja vor. Was meinst du, was ich dir probiere, aber irgendwie geht's nicht? Ja, es wäre einfach mal schön, wenn du es mal richtig probieren würdest. Ach, shut the f***. Wie bitte was, willst du mir sagen? Wir sind bei meinen Namen. Los mit dem Zirkus. Kommt, komm, komm. Oh man, goddammit. Jetzt red ich um, jetzt red ich um. Wie geht das denn mal? ARX meinte ich, X. Ja, toll. Nein, dann mach ich ein Looping. Ich will ja in die andere, ich will ja... Das ging eigentlich mit nach rechts. So, ja. Keine Ahnung. Steuerung haben sie wieder geändert. Toll. Klasse. Kommt sie nicht durch. Meine Fresse. Ehrlich. Energie, auf 30 Prozent. Er ist doch gerade ein Entschuss durchgekommen. Ich komme ja auch nicht durch. Ja, meinst du, dass ich hier probiere, du grüner, hässlicher Scheißfrosch. Halt auf den Laser. Energie, auf 50 Prozent. Das geht nicht. Bullshit, ey. In derselben Folge haben wir dich von relativ gut gestimmt zu richtig schlecht. Jetzt aber. Ich bin drin. Wow. Fucking hell. Schließt sie da. Los. Schild analysiert. Der Generalmann ist hinter der Schiffsbrücke. Ach, ich muss dich zum Dings transformieren. Ah, okay. Nein, nicht in der Luft dritte hier. Alles klar. Los, kurz das hier an. Ja, ist gut. Da oben, da oben, oben. Von der anderen Seite, oder? Ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich kann mich nicht drüber aufregen, weil ich das einfach nicht checke. Und nochmal. Boah, was geht denn ab, ey? Bam. Bäm, in einen wo da rein. Scheiße. Wie das Schatz ist getan. AAAAAAAAHHHHH! Fucking hell. Was wolltest du überhaupt machen? Ich wollte die Bombe abschießen. Das ist so seltsam, dass man die da oben abschießt. Ja, explosier, genau. Einfach mitten im Nichts. Alles Hundeeinheiten. Boah, wie grausam der stirbt. Du märche. Boah, Ferkor hat die Synchronstimme von Rob aus Game of Thrones. Das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Warte. Nein. Doch, du setzt das Tor also an. Ich muss nochmal hören, aber ich bin ziemlich sicher, dass das das war. Ich bin ganz jetzt am Hören. Ich soll gleich einen Ring ansammeln, die da jetzt erscheinen. Der hat keinen Ring, der hat das Dings. Jetzt guckt wieder auf deinem Tablet. Du fliebst doch weiter auf dem Tablet, oder? Scheiße, ja, 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 ja. Oh, Goddammit. Okay, jetzt musst du noch Ringe einsammeln, rechts. Gibt sicherlich da noch einen Ring in der Luft. Bei einem der Zerstörer war eben noch ein Ring, aber... Oh, God, das ist so nervig, dass man dann... Vor allem weiß man, dass es keiner sagt einem, dass man dann runtergucken muss. Wo ist nochmal diese grüne Kugel jetzt? Was? Ach, die kommt jetzt da. Okay. Achso, du guckst gerade auf das Dings. Scheiße, f***in. Ach ja. Ja, mach dich kaputt, da ist sicherlich ein Ring dahinter. Keine Ahnung, wie man wechselt. Nein, ich will wechseln. Ah, einfach auf B, okay. Ein Goldner Ring bringt nichts, oder? Ich wollte das doch zerstören. Ist kaputt. Wo ist denn das? Ist kaputt, ja. Weiß nicht, halte ich ein Goldner Ring auch hier ein bisschen? Ich glaube, das ist... Ah, da ist es über den Ring, aber okay. Die Idee war, mit den Bremsen war schon gut, glaube ich. Okay, jetzt schnell hoch. Ja. Was? Wo war der Schuss denn gerade? Das ist so behindert, das ist so behindert. Das ist so behindert. No. Wie geht's nochmal? Nein, einfach, du kannst ja nicht ran, du musst das Ding mit der Konsole hacken. Nein, nicht so. Ja, ich probiere doch. Du musst doch nichts drücken. Ich hab ja gedrückt, ich hab wieder A gedrückt. Nein, die B, bewegt sich nur davor. Ich will sterben. Kein Bock, ey. Was? Das kratzt mich an. Du kannst die Steuerung hüben. Zu dumm. Das ist mir echt zu dumm. Okay, gut. Bis zum Morgen, ich mach das jetzt. Ich zieh das jetzt durch.